Ja, interessante Stunde. American Beauty. Die meisten werden den Film kennen, aber ich habe mir sagen lassen, der ein oder andere, unser Hörer, kennt ihn vielleicht doch noch nicht. Von daher jetzt mal, um was geht's? Wenn man es in zwei Worten zusammenfassen müsste, dann würde man wohl am besten sagen Midlife Crisis. Ein bisschen weiter ausgeholt, Lester Burnham, Hauptdarsteller, gespielt von Kevin Spacey, lebt ein Leben, in dem er nicht glücklich ist, hat einen Job, der ihn nicht ausfüllt, hat eine Frau und eine Tochter, die ihn nicht wirklich ernst nehmen und ihn als Loser sehen und so alles in allem kommt er nicht wirklich voran. Das ändert sich schlagartig, als er sich in die beste Freundin von seiner Tochter verknallt. Verliebt ist, glaube ich, hier auch nicht das richtige Wort. Und da versucht er einfach alles zu machen, um ein wenig die Aufmerksamkeit zu regen. Er tauscht die Familienkutsche gegen einen Sportwagen. Er kündigt seinen Job und wie er selbst sagt, sucht sich einen Job mit der geringstmöglichen Verantwortung. Und landet dann in einem Fastfood-Restaurant und am Ende nimmt das alles seinen Lauf, wie es eben in einer solchen Weise seinen Lauf nehmen muss. Und am Ende ist niemand glücklich. Wie der Film ganz genau ausgeht, wollen wir an der Stelle natürlich nicht verraten. Nur so viel lässt er direkt im ersten Satz des Films, dass er in einem Jahr sterben wird, aber das zu dem Zeitpunkt natürlich noch nicht weiß, wie er stirbt, warum er stirbt, ob er vielleicht doch nicht stirbt. Man weiß es nicht. Wir schon. Wir wissen es, ja, das ist richtig, wir wissen es. Aber wie gesagt, an der Stelle, vielleicht mal ganz, ganz vorneweg. Der Film hat vier Oscars bekommen, die hat er verdient. Er hätte mehr verdient. Dazu kommen wir später nochmal. Und wer den Film nicht gesehen hat, sollte ihn sich wirklich, wirklich anschauen. Er steht zwar auf Listen der am meisten überschätzten Filme aller Zeiten, was ich an der Stelle nicht unterstützen kann. Ja, wahrscheinlich sind die Schreiber auch die meist überschätzten ihrer Zunft. Ich hoffe es. Das wäre ausgleichende Gerechtigkeit. Gut, da wir aber auch eine Soundtrack-Sendung sind, gehen wir natürlich auch ein bisschen auf die Musik jetzt gleich ein. Wir hören uns ein paar Songs an, die in American Beauty zu hören sind und steigen dazu mit All Right Now von Free ein. Dieser Song ist zu hören, nachdem Caroline, Lestas Frau, eine Affäre hat, diese auffliegt und sie schreiend im Auto sitzt.